Vom 25. November bis zum 26. Februar verwandelt Lomagica die Burgenwelt Ehrenberg in einen zauberhaften Lichterpark, der zum Träumen einlädt. Wir verlosen dazu 5x2 Karten für einen unvergessenen magischen Abend inklusive Übertritt der Highline 179. Besucht unsere Webseite www.re1.tv und klickt auf Gewinnspiel. Die Gewinner werden von uns schriftlich verständig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Also reinschauen auf re1.tv und mitmachen. Einfacher geht's nicht. Wir erzielen dann jede Woche einen Gewinner. Und die ersten zwei Eintrittskarten hat gewonnen... Alexandra Wötzer. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Woche geht's dann in die zweite Runde. Also gleich mitmachen und gewinnen. Viel Glück. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem nächsten Beitrag und da waren wir beim 14. Weekend of Jazz im Veranstaltungszentrum in Breitenwang.